...über dreimal zwei Minuten. Der Elite 63,5 Kilogramm, das ist das Wettbewerb-Gewicht. Und das Boxen, aus der roten Ecke, Anfahrt Jusufow, Team Gleit-Ölle. Und aus der grauen Ecke kommen die Piazz, den Wetter-Botsklub. Denkt an eure Masken. Ring frei, Runde 1. Runde 1,5 Stunden. Runde 1,5 Stunden. Komm mal, komm. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja.